Was genau sind eigentlich Displaced Persons? Als Displaced Persons, kurz DPs, wurden nach Ende des Zweiten Weltkriegs Zivilpersonen bezeichnet, die sich durch den Krieg außerhalb ihrer Heimat aufhielten. Hierzu zählten Arbeitskräfte aus dem Ausland, unter anderem viele ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, sowie Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge, die unfreiwillig während der Kriegsjahre ins sogenannte Dritte Reich gekommen waren. Eine besondere Gruppe der DPs waren die Juden und Jüdinnen, die die Schoah überlebt hatten und Europa aufgrund dieser Erfahrung und der anhaltenden gewalttätigen antisemitischen Ausschreitung in der Nachkriegszeit verlassen wollten. Von genau diesen DPs gab es auch eine ganze Menge im Lager Föhrenwald. Aus gesundheitlichen Gründen konnten sie gleich nach dem Krieg noch nicht reisen. Der Staat Israel war noch nicht gegründet und die Einreisebedingungen, beispielsweise in die USA, waren zunächst sehr streng. Viele der jüdischen DPs mussten deshalb lange Zeit in den Lagern leben. Im Lager Föhrenwald entwickelte sich deshalb bald eine von den DPs getragene Selbstverwaltung. Wichtig war jedoch die freie Religionsausübung und das Erblühen von Kultur im Leben, aber auch die Geburt von Kindern, was für viele einen Neuanfang nach den Schrecken der Schoah darstellte. 1956 waren aus dem DP-Lager Föhrenwald weitgehend alle DPs weggezogen. Wenn ihr erfahren wollt, wie es den jüdischen DPs möglich war, nach der Schoah ein neues Leben zu beginnen, kommt in unser Museum.